schönen guten tag herzlich willkommen zu einer neuen ausgabe des gesundheitsforums digital der sleepios klinik schildertal sesen die zahlen sind alarmierend die krankheit kommt oft heimtückisch und leise daher etwa 270.000 menschen allein pro jahr in deutschland einen schlaganfall darüber wollen wir heute sprechen wir haben einen experten hier freue mich dass sie da sind herr doktor tinius sie sind chefarzt der klinik für neurologie der sleepios klinik schildertal sesen und facharzt unter anderem für neurologie mit den zusatz bezeichnungen schlaf ernährungs verkehrs und rettungsmedizin ja dr tinius was ist ein schlaganfall ganz genau ein schlaganfall ist eine plötzlich auftretende neurologische erkrankung meistens durch einen plötzlichen verschluss eines gehirngefäßes wenn man sich das gehirn so vorstellt dann wird das ja durchblutet durch die gefäße und wenn an dieser stelle gerade ein verschluss plötzlich auftritt ja dann ist folgendes dass das dahinter liegende gewebe sofort seine funktion einstellt und in wenigen augenblick und später auch die ersten zellen absterben nach und nach wird es immer größer und die umgebenden zonen wird noch ein bisschen versorgt durch die randgebiete aber das problem ist je länger wir brauchen desto mehr schaden entstehen weil der schlaganfall so schlagartig auftritt so aus dem wohlfinde heraus ist der name entstanden häufig wird auch noch der schlaganfall als apoplexie bezeichnet das ist ja aus dem lateinischen abgeleitet und kommt eigentlich aus dem albgriechischen und bereits in der antike war in die apoplexie also der schlaganfall als klinischer befund bekannt aber erst in den letzten zwei bis drei jahrzehnten haben wir auch effektive therapien zur behandlung des schlaganfalles mehr der schlaganfall steht ja bei den todesursachen an dritter stelle ist also ja schon sehr verbreitet man kann sagen eine volkskrankheit was sind denn nun genau die die hauptursachen für einen schlaganfall wenn man es noch ein bisschen genauer sagen kann muss man leider sagen der schlaganfall ist auf einem aufsteigenden ast im negativen wird wahrscheinlich in dem nächsten jahr sogar die nummer zwei den häufigsten todesursachen das gefährlich oder auch häufig unterschätzt ist dass ein drittel der schlaganfallpatienten bleibenden schäden behaltet und das bedeutet einfach auch dass die so stark sind dass die patienten dauerhaft auf pflege und auf fremdhilfe angewiesen sein wird da kommen wir dann noch den folgen vielleicht einfach die hauptursachen was verursachen die hauptursachen ist ein verschluss eines gefäßes wenn man sich das gehirn vorstellt dann ist hier bei dem gefäß plötzlich ein verschluss und dann kommt es zu einer blutunterversorgung das nennt man die chemie das ist die häufigste form in etwa 80 prozent ja auch denkbar ist die plötzliche gehirnblutung da muss man sich das gefäß vorstellen was dann einreißt es strömt blut einfach ins gewebe jetzt würde man denken da sind die zellen ja gut versorgt aber eben nicht mit frischem blut und es kommt nicht zu dem austausch und auch da sterben die zellen ab wir haben rechnen somit 1,2 millionen zellen pro sekunde bluthochdruck kann das auch dass man kann sich gut vorstellen wenn die gefäße älter werden dass sie auch brüchiger werden und wenn man sehr unter bluthochdruck leidet dann passiert das natürlich schnell dass im gefäß vielleicht einreißen kann man fragen sich vielleicht viele zuschauer was sind denn die frühwarnzeichen für einen schlagabfall welche sind das und wenn sie nur kurze zeit auftreten wo ist da die abgrenzung wann muss man sich da wirklich sorgen machen und reagieren also die häufigste frühwarnzeichen ist die transitorische chemische attacke also eine kurze durchblutungsstörung deswegen ist sie eben auch nur ganz kurz und man muss sich dann vorstellen dass dann kurzfristig die zellen im gehirn die funktion aufgeben das regelt sich dann relativ schnell wieder die zellen können wieder arbeiten und mein neurologisches defizit also der zentral rechner hatte an dieser stelle eine kurze durchblutungsstörung und dann kann es dazu kommen dass ich kurzfristig eine funktionsstörung hatte beispielsweise des arm oder bein und das ist dann wieder weg weil der schlaganfall häufig schmerzlos verläuft ist das besonders gefährlich und das trüger ist dass der patient denkt ah jetzt ist ja wieder alles okay der arm der hing ja nur zehn minuten da das ist wahrscheinlich nur verlegen so ist dann häufig die vorstellung aber es ist ein vorbote für einen schweren schlaganfall und das ist das besondere dass das sehr gerne übersehen wird und dann auch die therapie beeinträchtigt kann man das praktisch feststellen gibt es da so einen test dass man jemand anspricht wie reagiert und so weiter so ein schnelltest es gibt natürlich schnell test aber für den klinischen alltag ist jedes neurologisches defizit das könnte zum beispiel sein eine schmerzlose lähmung ja meistens ist es eine halbseiten lähmung es könnte eine sprachstörung sein es könnte eine schluckstörung sein könnte eine sehstörung sein auch eine blindheit die plötzlich unerwartet auftritt und all das könnte ein schlaganfall sein und das bedeutet man muss dann auch sofort ärztliche hilfe aufsuchen wer ist denn besonders gefährdet gibt es da risikogruppen und ja kann man schlaganfälle auch in jungen jahren erleiden wie es da aus das sind ja schon mehrere fragen der schlaganfall ist eher eine erkrankung des älter verwehrenden menschen also 50 bis 55 also kurz vor der rente vielleicht stehen aus vollem leben heraus kommt dann schlagartig der die beeinträchtigung man weiß aber je älter man wird desto höher steigt das risiko eines schlaganfalles bedauerlicherweise gibt es ganz selten eben auch junge menschen und auch kinder die einen schlaganfall erleiden aber im klinischen alltag ist eher der ältere mensch beeinträchtigt von den risikofaktoren ist das kann man zu sagen zweigeteilt man hat einmal die risikofaktoren die so in die wiege gegeben worden sind also jeden tag wo man älter wird erhöht sich das risiko die männer sind etwas stärker betroffen als die frauen wenn mein vater und mein bruder und mein onkel schon einen schlaganfall hatte dann ist das risiko relativ gesehen auch höher da kann ich häufig nicht so viel daran ändern und dann gibt es natürlich so die risikogruppe die gut beeinflussbar ist also ich sag mal was für wirkungsmangel übergewicht nicht behandelter bluthochdruck ein großes problem auch nicht oder nicht ausreichend gut behandelte zuckererkrankungen das sind so die häufigsten risikofaktoren dann gibt es auch so risikofaktoren wo wir gar nicht genau wissen warum die denn zum risikofaktor führen so sind beispielsweise frauen die rauchen und gleichzeitig die pille nehmen besonders gefährdet wir wissen nicht warum und ja vielleicht zur therapie des schlaganfalls für wie wichtig ist es früh zu reagieren man sagt ja auch teil des brain was bedeutet das genau die therapie des schlaganfalls ist in mehreren modulen ja man kann im prinzip sagen die therapie beginnt eigentlich schon vor dem schlaganfall also mit den risikofaktoren die man vielleicht vermeiden kann wenn es dann zum schlaganfall kommt es ist schon sehr wichtig den notdienst zu rufen die der rettungsdienst wird bereits am bett zu hause den schlaganfall an behandeln also sie werden den patienten untersuchen werden die vitalparameter messen werden vielleicht den blutdruck senken vielleicht die entgleisung des blutzuckers behandeln und sie werden auch schon über ihr netzwerk kontakt zur nächsten schlaganfalleinheit aufnehmen um möglichst den patienten anzumelden in der regel ist es so dass dann sehr klare zeiten vorgegeben sind also es wird dann gesagt wir sind um 11 uhr 22 in der zentralen notaufnahme dort wird der patient in der regel auch vom neurolog entgegengenommen und bereits in der zentralen notaufnahme wird die bildgebende diagnostik gemacht das bedeutet ein schichtröntgen da versucht man ja das gehirn zu untersuchen um beispielsweise die etwas selteren gehirnblutungen auszuschließen zum chemischen schlaganfall man wird vermutlich dann beschließen auch noch die gefäße im gehirn darzustellen um dann möglichst die therapie zu entscheiden wenn der patient eine schwere beeinträchtigung hat dann wird man versuchen so ein auflösemittel zu geben das ist dann man nennt das thrombolyse das gibt man über die vene es kann aber auch sein dass man beschließt dieser verschluss würden wir versuchen mit einem katheter systemen anzugehen dann würde man hier über die leiste so ein katheter hoch schieben und über eine mikrotechnik mit minimal immersiven intervention versuchen diesen verschluss zu öffnen der patient würde dann in der regel auf den spezialeinheit verlegt das wäre dann die stock unit könnte aber auch sein dass man kurzzeitig den patienten auf der intensivstation überwacht und bereits in diesem bereich fängt auch schon die rehabilitation an also die physiotherapeuten ergotherapeuten und logopäden würden hin zu berufen werden um möglichst frühzeitig das neurologische defizit wieder zu trainieren und man würde in dieser spezialeinheit den patienten stabilisieren versuchen dass es sich nicht noch einmal verschlechtert dafür ist die spezialeinheit da engmaschig zu untersuchen und zu kontrollieren und würde eine erweiterte diagnostik einleiten das heißt würde untersuchen zum beispiel ist hier eine hochgradige verengung der hauptschlagader die man dann vielleicht operativ angehen muss oder sind vielleicht schwere herzrhythmusstörungen die ursache wo durch diese rhythmusstörungen sich kleine trompen an die im herzen und angesammelt haben das wären so untergehen die man bereits in der stock unit einleitet das ist dann so dass nach einem gewissen überwachungszeitraum 24 stunden bis mehrere tage an den patienten soweit stabilisiert hat dass man sagt wir können jetzt weiter verlegen das würde dann auch die normalstation weiter verlegt werden um die restlichen untersuchungen noch zu vervollständigen und zu schauen wie ist denn der benefit für den patienten es kann sein dass der patient völlig beschwerdefrei wieder nach hause kann kann auch sein dass er eben schwerst beeinträchtigt ist und dann in eine spezialabteilung muss das wäre dann die neurologische früher oder aber bei mäßigen defiziten auch dann in die rea verlegen wird zur weiterbehandlung sehr spannend ich würde gerne noch mal zurückkommen auf das motto time is brain also wirklich schnell zu reagieren bedeutet im grunde so als haustfolge die folgen zu minimieren kann man das genau die folgen zu minimieren können sie dann zeitfenster nennen in wie schnell fünf zehn minuten also was das ausmacht sozusagen das ist eben man verliert viele gehirnzellen pro sekunde 1,2 millionen muss sich vorstellen wenn das jetzt das gehirn ist das sind die gefäße hier ist verschlossen dann ist genau dahinter das zentrum des schlaganfalles aber die zellen sind auch abgestorben die sind nicht wieder zu regenerieren aber das drumherum da ist so ein bisschen die zellen arbeiten nicht mehr richtig die werden auch um die werden auch absterben wenn wir nicht wieder dieses gefäß eröffnen können und dieses drumherum das nennt man dann numra und die will man erhalten und da ist es eben ganz wichtig diesen bereich möglichst klein zu halten dass der defekt auch nur klein ist weil das gehirn kann auch mit dem defekten gut weiter leben müssen die defekte können im rahmen der rehabilitation auch wieder aufgearbeitet werden also das darum liegende bewege kann vielleicht die funktion übernehmen so dass der patient nach der rehabilitation trotz schlaganfall wieder ganz normal leben kann das interessant auch wichtig die wir haben es dargestellt die bandbreite von schlaganfällen von einem ganz leichten wo man sie wiederholen kann bis zu einem schweren wo das dann eben nicht mehr so möglich ist vielleicht noch mal was kann man ganz persönlich tun um das risiko eines schlaganfalls zu verringern als nutzwert für die zuschauer das risiko zu vermindern fängt ja schon vor dem schlaganfall ein mit der lebensführung natürlich übergewicht der blutzucker bluthochdruck ist wichtig aber auch das engmaschig mit dem hausarzt abzusprechen es gibt so erkrankungen die vielleicht seltener sind trotzdem einen hohen risiko für schlaganfälle haben mir fällt besonders ein die atembezogene schlafstörungen sind so die patienten die auch älter sind meistens auch übergewichtig und nachts nicht richtig atmen die haben ein erhöhtes risiko dann ist natürlich sehr wichtig nach dem schlaganfall dass man wie man so schön sagt am ball bleibt also nach der rehabilitation weiter trainiert und vor allem die sekundärprophylaxe in der lege wird der patient ein medikament bekommen das dauerhaft weiter zu nehmen und nicht abzusetzen kann es auch sein dass man einen schlaganfall gar nicht bemerkt dass die unbemerkt bleibt und ja wie äußert sich das dann irgendwann je nachdem wo der schlaganfall auftritt tritt er jetzt an der linken oder an der rechten seite oder vorne oder hinten habe ich eine funktionsstörung wenn ich aber diese funktion gar nicht abrufe dann fällt sie gar nicht auf und es ist nicht selten dass man zufälligerweise weil man durch einen kernspenduntersuchung das gehirn untersucht feststellt hier ist ja ein kleiner schlaganfall abgelaufen patient hat es aber gar nicht gemerkt also sollte das beobachten aufmerksam sein aber nicht über ängstlich kann man nicht so sollte es beobachten und sich nicht ins glas raus zu ziehen genau wie groß ist eigentlich die gefahr wenn man einen schlaganfall erlitten hat dass man vielleicht einen zweiten erleidet ja das gehört auch noch zu dem risikoprofil einschlag anfall ist nicht so wie eine kinderkrankheit einmal und dann nie wieder sondern das erhöht das risiko gerade in den ersten stunden deswegen versucht man das ja auch über diese engmaschige überwachung zu beurteilen aber auch im ersten jahr ist das risiko so etwa bei 10 15 prozent fällt dann langsam ab über die nächsten drei jahre das gefährliche am zweiten schlaganfall ist dass die tödlichkeit sich deutlich erhöht also insofern ist es wichtig den zweiten schlaganfall möglichst zu vermeiden und sie haben angesprochen eine gesunde lebensführung dazu wird wahrscheinlich auch sport wie genau ein bisschen ausgewogene ernährung kein leistungssport sondern austausch sport in maßen also wichtig ist das ja auch in maßen zu machen das wäre sehr wichtig ja ihr abschließendes fazit ihre zusammenfassung wie kann man sich schützen vor einem schlaganfall wie kann man dem vorbeugen den verhindern was ist die ultimative rat der ultimative rat ist versuchen sie die für sie möglichen risikofaktoren zu minimieren und das ist immer noch mal besonders günstig wenn man das mit dem hausarzt bespricht der einem dann noch besser erkennt sie einfach genauer der weiß ist das mit dem blutdruck ein problem oder ist das bei ihnen mit die stoffwechselstörung ein problem und das würde ich raten gibt es eigentlich unterschiede männer und frauen wer leidet öfter an schlaganfall studien ja also die männer leiden etwas früher schlaganfall als frauen ja und das bedeutet eben auch dass sie das risiko eigentlich erhöht haben weil aber die frauen unterm strich älter werden als die männer begleitet sich das wieder aus man kann aber sagen die frauen bekommen auch schlaganfall nur später ja und und vielleicht noch mal kann man irgendwie feststellen an den adern ob man empfindlich ja das sind ja die dinge die man auch untersuchen wenn man sich mit dem haushalt bespricht ja dass der haushalt auch darüber nachdenken wird neben der risikominierung sollen noch eine spezielle untersuchung erfolgen in der regel kann man solche verengung auch gut hören aber es kann auch durchaus sein dass der hausarzt eben zu einem spezialisten schickt ihr dann per ultraschall gefäß untersucht nicht jedes gefäß muss auch operiert werden oft reicht es schon zu beobachten bei einer leichten verengung dass man feststellt okay wir beobachten das weiter vielleicht bleibt das auch so vielleicht wird diese verengung auch nicht schlimmer indem ich beispielsweise meine lebensumstände ändere und meine ernährung ändere das wäre noch eine wichtige information und da braucht man einfach man muss am ball bleiben also eine vollkrankheit die man sehr ernst nehmen sollte bei der man vorsichtig sein sollte aufmerksam sein sollte genau aber man kann auch einiges selber man kann einiges selber tun und vor allem sie ist auch behandelbar wichtig ist wirklich wenn eine plötzliche störung auftritt sofort zum den ernst auf zu suchen nicht wie ganz viele patienten zu machen zu sagen naja ich habe mich vielleicht verlegen und ich gehe morgen mal zum haushalt wie das manche frauen beim herzinfarkt machen sollen so hat mir ihr kollege immer gesagt dass die oft herzinfarkte verschleppen viele informationen rund um das thema schlaganfall vielen dank der tinius wenn es ihnen gefallen hat freuen wir uns wenn wir sie bei der nächsten ausgabe wieder begrüßen dürfen herzlichen dank und bleiben sie gesund